Hallöle, hoffentlich ist heute die Webcam gut. Bei Monster Total Ultimate mit eurem Pipipilo. So, ich werde jetzt, also wir haben ja im letzten Park kein Monster besiegt, sondern haben nur Weih und Eier abgeholt. Ein paar Jackies haben es kaputt gehauen und ich bin kurz davor ausgerastet, beinahe. Aber nur beinahe, beinahe, sonst nur beinahe. So, und jetzt werde ich erstmal gucken, welche Quest wir noch alles haben. Wir werden jetzt ein neues, großes Monster erleben. Halt die Schnauze. Und dann geht's los. Der Fürste Meere hätten wir. That was. Scheiße. Was haben wir? Haben wir alles? Haben wir alles? Ja. Aber wir werden jetzt die Fürste Meere natürlich alleine machen, weil unser Cha-Cha ist einfach abgehauen. Ohne ein Detenzeichen, ohne uns Bescheid zu geben, dass da irgendwas faul ist oder so. Ne. Der macht gar nichts. Und ich seh, mach ich gerade irgendwas richtig oder mach ich was falsch? Ich hab keine Ahnung. Einmal zur nahen Insel. Wir haben nichts. Toll, ey. Bin ich gut ausgerüstet, ey. Ja, so. Hä? Ne, ne. Du solltest die da wegschicken, Mann. Ja. Ja, mach doch. Oh, dumme Sau. So, jetzt gehen wir noch kurz bei den Käfer und dann gehen wir sofort zu der Fürste Meere. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben den schon besiegt. Und jetzt müssen wir den nochmal besiegen. Äh, so ein Hundert. Ey, vielen Dank, dass die Fahnen. Okay, Erntebrüchen. Geil. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Der Recht verkauft mal. Götte. Kacke. So, Kraut. Äh, Düngerschlamm. Fünf. Okay. Tomata. Kraut haben wir schon, also Blaupilz. Yep. Wir brauchen eben... Oh, Pizkan Plus. Geil. Ah. Was brauchen wir noch? Honig. Honig haben wir da. Wir brauchen eben sehr viel davon. Leute, wir brauchen eine Menge. Gut. Was labert der denn nicht jetzt zu? Was sagt man dazu? Der Wanderkoch hat mich gebeten, fette Tomaten anzubauen. Wir hatten gerade unsere erste Ernte. Stellt dir leckereien vor, die er mit dem Gemüse zaubert. Was sag ich? Äh, ja. Das solltest du zur Kantine gehen, wenn du kriegst. Und jetzt habe ich wieder... Ach, ja. Ich habe irgendwie... Alle Dörflobitten gemacht. Oh, ne, nicht alle, aber ich habe irgendwas gemacht. Und jetzt, um vergessen zu reden und so, und keine Ahnung. Wir gehen los, wir müssen hin und machen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin nur in der Axt unterwegs. Und zwar mit der Überfall-Axt. Ah, vielleicht kann ich was verbessern. Ich glaube eher weniger, aber wir müssen auf den Schweif gehen. Das steht fest. Wegen dieser wunderschönen Waffe. Hier brauchen wir Großwocki Plus. Das dauert noch lange. Hier brauchen wir Eiszapfen. Dauert nicht mehr lange, glaube ich. Heco-Trommel brauchen wir nur noch 5. Was wollte ich hier machen? Brashi, haben wir noch nicht. Seidebrustfell, seltsamer Schnabel. Keine Lust. Erst wenn wir das eine Lava-Monster finden. Auch High-Rank, Typ 62, haben wir auch noch nicht. Feuerstein, könnte man holen, aber das Uragan haben wir noch nicht. La Combi habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich keine Lust habe. Weil ich wollte erst, ach ja, wollte ich erst mal später machen alles. Oder so. Und hier brauchen wir auch High-Rank. Okay, dann ist alles gut. Dann gehen wir halt so rein. Let's go! Achso, erstmal die Quest annehmen. Los, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen einen kleinen Dino jagen und es verrecken lassen. Wir müssen es fangen. Ich bin dumm. Ich muss mir merken, fangen, nicht töten. Ach ja, ich habe alles mit. Und außerdem gibt es da eh... Ach ja. Ah, Ladiacus in der wunderschönen Ebene. In der Fang-Ebene. Wunderschön. Die Ebene. So, wir werden sehr hart kämpfen müssen. Wir müssen sehr hart... Es auslöschen. Wieso ich Ration... Obwohl ich weiß, brauche ich nicht. So. Erste Hilfe. So, wir gehen erst mal nur auf den Schweif. Das ist erst mal mein Ziel. Los! Halte die Fressen! Ich muss hier was jagen. Dämliche Lütreffs. Was kann ich denn sagen? Es ist Freitag? Na Spaß, es ist Samstag. Für euch ist es Freitag. Für mich ist es der letzte Samstag. Ich habe... Mir fällt noch nichts ein. Ich muss nach diesem Part, muss ich mir definitiv überlegen, was mein sechstes Projekt wird. Das siebte Projekt wird Random Game wieder sein und Minecraft PvP. Das wird nämlich mal wieder Zeit. Da wird wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob letzten Samstag was gekommen ist. Weil es ist ja für mich noch Zukunfts... Ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Wo ist er denn? Oh ja, geil. Hallo. Ich bin Popile. Ich möchte gerne, dass du verreckend bist. Äh. Nicht in diesem Ton. Du Hund. Du dämische Misset. Hör mal zu. Ich möchte heute einen Lagiacus Carpaccio. Mit Safranzose und alle. Und wenn du mir das nicht gibst. Gebe ich dir was. Alter. Der Hund. Der will wohl rechtisch in meine Sushi rein. Ja, komm mal her. Komm her. Warum denke ich jetzt ans Essen? Ich habe Hunger. Ich esse gleich den letzten Milchweiß. Warte mal. Der schießt. Loll. Das war Luft. Äh. Wasser. Loll. Der trifft Milchweiß so eng. Juss. Ey. Also die Map ist richtig gut für den Lager. Und ich frage mich, wieso hier ein Lagiacus ist im Flutwald. Was hat er hier verloren? Ich glaube, ich muss ihn fangen. Und dann. Warte mal. Warum bin ich nicht auf dem Schweif? Komm her. Ich brauch dein Schweif halt mal ein. Ich hab das doch vorge... Komm her. Ich hab vergessen, dir einen Schweif anzuhauen. Ich brauch unbedingt seinen Schweif. Das ist mir kacke. Ja. Deswegen bin ich wieder nicht am Schweif. Loll. Was war das denn? Das war aber ein richtiger Bug. Das habe ich ja noch nie erlebt. Loll. Loll. Was ist hier los? Ich komme schon wieder nicht klar hier. Du Miesit. Ich wollte auf seinen Schweif und nicht auf sein Ernstchen. Wenn er mal stehen bleiben würde. Ja, mach mal so. Oh, Mist daneben. Weil es auch so eng ist hier wegen der Scheiße. Ey. Komm mal her. Ich will seinen Scheiß Schweif hier abmachen. Ich brauche es für meine Lagi-Lanze, Mann. Äh, nicht Lagi-Lanze. Für meine Lagi-Dings da. Ey. Der kommt es mir langsam an hier. Ich muss auf seinen Scheiß Schweif. Aber wenn der hier... Was macht der denn jetzt? Toll. Ich bin später nicht auf dem Schweif. Was ist mit mir los? Ich sehe dich. Himmels. Loll. 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 Jetzt habe ich einen Eimer. Gehauen. Warte. Was denn jetzt hier läuft? Ja, ey. Das ist so scheiße, Mann. Ich will, dass er rausgeht. Ja, aus dem Scheiß. Piste-Level hier. Geh mal in die Tri... Die Tri. Geh mal hier in die Sieben. Ja, in die Sieben. Da kommst du zwar nicht hin. Aber. Vielleicht doch. Mann. Der Kampf wird lange dauern. Weil ich will auf seinen Scheiß Schweif. Und ich treffe ihn nicht. Los. Ist das jetzt der Schweif? Der hat noch nicht gezuckt. Der hat noch gar nichts. Ey. Hier ist... Obwohl er davor komplett aufgeladen wurde. Dämliche Scheiße, ja. Toll. Dankeschön. Du scheiß blaues Wisstvieh. Heute bin ich wütend. Aber nur wegen Zelda. Weil bei Zelda die Scheiße da... Ich habe da zwei Kisten gemacht. Und der kann mich auf Kisten klettern. Aber auf Bergen. Das ist so eine... Ach so, letzte... Kacke, Mann. Hey, hallo. Ey, will der mich hier verorschen? Könnte mal stehen bleiben. Ja, dankeschön. So. Los. Komm. Beweg dich einfach mal gar nicht. Lol. Wie ich den nicht treffe. Unbibem als Cha-Cha fehlt. Lol. Ich habe eine Frage. Wie kann man unter Wasser... Habt ihr das gehört? Der kann unter Wasser reden. Ich wusste gar nicht, dass er so eine gute Rüstung hat. Aua. Na, war der den Blitzbomben. Scheiß kriegst du zurück. Boah. Kötz da einen an. Ja, danke. Lol. Daneben der Lutscher. Nein, nicht schwätzen. Oh. Ja, war schön. Mann, werf einfach da was hin. So, auf zum Schweif. Auf zum Schweif. Lol. Lol. Ey, ich raste gleich. Ein weniger. Oh, jetzt komm. Nerv nicht. Jetzt ist der auch noch entwürdig. Fuck off. Mach ich auf dein. Scheiß auf den Schweif. Kriege ich eh nicht. Das geht ja wieder dahin. Wie konnte er mich treffen, Mann? Hüriß. Hure. So. Gegeben. Wo ist er denn jetzt? Was macht er? Hallo. Hallo. Ja, du scheiß Drecks. Wie? Ich bin nicht wütend. Ich bin nicht aggressiv. Ich bin doch wie begann. Sack. Das ist einfach zu. Scheiß. Ihn dort. Wo ist mein Lüftangriff? Noch nie. Ach, scheiß drauf. Was macht er da? Der macht da seinen Scheiß, ey. Oh, los. Geh weg. Hm. Jo. Ein was kaputt gehauen. Mann, das scheiß Wasser. Das ist so dreckisch. Ah. 13 Minuten. Nix erreicht. Außer einmal was kaputt gemacht. Hm. Der Kampf wird lange dauern, sage ich euch. Weil ich erstens nichts treffe. Wie konnte er mich treffen, Mann? Du mit deinem Scheiß. Jetzt bohrtet der sich nur weg, der Arsch. Den schlag ich zusammen. So, weiter geht's. Ich hoffe, der geht in die vier. Ja, halt die Fresse. Wegen dir ist nur ein Füschchen kaputt. Und das nur, weil ich zu wenig angreife. Oh, was macht er das? Los, mach was kaputt. Lol. Das geht ja wieder hier in Rage-Mod, oder was? Das macht er hier wieder Feuerwerk. Danke dafür. Dreckvieh. Lol. Gehackt. Wo ist er denn? Lol. Der kotzt hier einen an. Jetzt macht er hier noch ihr... Aber der ist nicht mehr wütend, oder was? Jetzt geht er wieder zurück. Nee, der geht raus. Der geht raus. Der geht raus. Das hopp ist so... Ey, ich hoffe, der geht raus, ey. Ich brauche seinen Scheiß-Schweig. Alles ist mir egal, aber sein Schweif, der gehört mir. Den hole ich mir. Das geht aber doch nicht raus. Dann bin ich halt raus. Der geht raus. Der geht raus. Okay. Los. Der will raus. Oh, dann. Ja. Schweif. Zerstören. Schweif. Danke. Und pass auf, jetzt krieg ich eine Schuppe. Dann kotze ich ab. Ich kotze ab. Oh. Warum denn eine Schuppe? Ihr verfickte Scheiße. Ja. Komm her. Dich. Kölsch. Noll. Tako weh, oder was? Könnte ich zuerst mal weghucken, oder so? Wenn das so weitergeht, mach schon noch tot. Hallo, ich bin hier hinten. Kuckuck. Toll. Warum ist denn jetzt bei mir die gelbe Schärfe? Ich will hier doch seinen Bauch kaputt machen. Komm. Wo schießt der denn hin? Ich bin doch nicht klar. Ich hab irgendwie Angst, dass du jetzt stirbst. Irgendwas sagt mir, der ist ein Hund. Lol. Ey, komm, sag mir, was los ist. Lol. Geh mal a-huppen. Ja, jetzt hat ein Pranapra ihn geküllt, oder was? Der Pranapra hat den zurückgeschreckt. Warum lag Jako so klein? Die Strenge, er trinkt erst mal Tränke, ja. Uuuh. Lol. Lol, noch ins Gesicht gepikst und hat nix geholfen. Weil der einfach ein Cheetos ist. Oh, ich wollte den Fang, der ist sogar ein Fangbrei. Lol. Ab ins Wasser. Daneben. Luzer. So, und diese Schlitzen hier. Was macht der denn jetzt? Daneben. Loser. Du bist ein Loser. Ich bin hier draußen. Komm, war her. Ja, 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 ja. Das war wohl nix, Loser. Oh, scheiße. Warte mal, ich schlaf mich kurz auf. Hallo, 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 hallo. Aha. Oh nein. Scheiße, er hat mich noch getroffen. Der humpelt mich. Der humpelt mich. Der hat mich verarscht. Der hat mich nur hierher gelockt. Das war unfair. Das war unfair. Komm, mach ihn doch down. Nicht du, Welt. Ich. Ich treffe hier auch gar nichts. Alter, ist das hier aiming. Und sein Bauch, der geht auch gar nicht kaputt. Da ist doch irgendwas körig. Jetzt ist er down. So, jetzt kann der eigentlich mal abhauen. Scheiße. Ey, komm, mach ihn. Hau ab und heul. Ey, jetzt brüllt er mich an. Ich hab doch gar nichts getan, Mann. Wisst du was? Mir ist das scheißegal. Der macht irgendwie scheiße. Ey, warte. Warte, warte. Wo ist meine Beruhigungsbombe? Da ist mir doch der Welt. Was ist der? Der kipptisch. Ja, komm doch her. Ja, nee. Super mich. Ja, dankeschön. Jetzt bewegt dich. Los, fang. Hat nichts gebracht. Toll. LOL. Was ist denn hier los? Ich muss mich heilen. Der macht da seinen Windstöß. Alter, das geht hier ab. Ich weiß, wohin ich was sagen soll. Ich muss mir eigentlich gerade überlegen, welches Spiel ist am Samstag jetzt gleich. Weil damit jeden Tag ein anderes Spiel ist. Immer abwechselnd. Dann muss man sagen, dass dieser komische, blaue Typ, der nervt, der Wichser, der ist noch nicht mal geschwächt. Na, jetzt reicht's. Jetzt mach ich den. Den mach ich einfach kalt. So. Los, hör auf damit. Hä, was ist denn jetzt los? Ja, jetzt schlägt er wieder. Alter, das ist hier eine abgepackte Scheiß. LOL, das hat weh. Dümme Sam. Ja. Wie konnte er mich treffen, ey? Warte mal. Ich glaub, jetzt so ein Bild. Ja. Ja. Perfekt. Aber ich mach das erst in der nächsten Map. Die Schockfalle, weil was bringt mir das, wenn er hier... Pass auf, ein Leid. Gleich kommt hier ein Welsum. Beißt ihn und dann stirbt er. Nee, keine Sorge. Ich bin eh Pio, falls du hier auch kein Welsum. Ja, danke. Nimm das. Und. Geschafft. Nach 23 Minuten. Ah nee, nach 15 Minuten. Nach was weiß ich. Aber Hauptsache. Ich hab keinen Schweif. Das ist mal eine richtige Scheiße wieder hier. Monster an der Logik. Ich wusste es. Aber egal. Quest erfüllt. Ich könnte eigentlich noch. Leichte Armbrust machen. Bevor ich. Farmen gehe. Da könnte ich gleich noch ein paar Monster freischalten. Oh, ist das hier eine Dreckscheiß. Da geht, 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 ich scheiße. Ihr Controller. Schweiß, ne. Haut, Schuppe, Klaue, Haut, Schuppe, Schuppe, Klaue, Knochen, Kloß, Kloß, Haut. Alles klar, super. Kann ich das schon mal wegmachen hier? Ja, Speicher machen. So. Jetzt mach ich gleich erstmal meinen Korb, weil ich weiß, was das ist, aber. Machen wir gleich zwei Parts. Morgen gleich auch. Sieh mal an, wer da ist. Wir haben eine Quest von jemandem, der den Chagalaka im Blick haben könnte. Das ist doch wieder ein Kumpel, oder? Ich wette, der kleine Kerl erwartet, dass du ihn rettest. Enttäusch ihn nicht. Allerdings wirst du mit Sicherheit Probleme mit dem Duramboros bekommen, der sich in der Nähe auffällt. Ein Duramboros nutzt seinen Spalt wie ein Hammer. Er schwingt ihn hin und her, bevor er zuschlägt. Sei vorsichtig, aber er hat noch mehr drauf. Er springt auch in die Luft, um dich von oben zu zerquetschen. Beweg dich, oder du bist verloren. Wenn der Biest, das Biest springt, ey, wirst du getroffen. Können wir deine Überreste aufsammeln? Sprünge erschöpfen einen Duramboros, deshalb ruht er sich hinterher kurz aus. Das ist deine Chance. Es ist erst dann hilflos, wie eine neugeborene Feline. In dem Augenblick solltest du mit ihm allem angreifen, was du hast. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Dankeschön, halt deine Fresse. Ne, das machen wir im nächsten Part. Ich sag jetzt Outro. So, ich weiß jetzt nicht, Sport ist nur Spiele. Rechts ist der letzte Part. Und die Kanäle, solche Dinge, bla bla bla. Elke Pilo, tschüss, bis zum nächsten Mal.